Hallo zusammen, ich bin der Baxi Honnes Schmidthalter, Juker Kreis 2 Wallis. Ja, ich habe mal ohnehin noch durch müssen, du musst einfach so an die Dive anfangen. Am Anfang musst du halt Kaffee wechseln, also Kaffeemaschinen bedienen, musst du Kaffee für deine Kollegen, musst du ohnehin noch einsteigen, aber ich hatte schon immer grosse Ziele, würde ich sagen. Mein geringster Erfolg ist sicher die Verhaftung des Rappers für 10 Jahre mit 50 Tonnen Hanf. Da haben wir das ein bisschen erwischt. Ein Bauchgefühl. Ich hatte das schon immer. Schon im Kino galt, habe ich gewusst, dass die Valérie auf mich abfährt. Ich hatte einfach immer eine gute Erfahrung, für das Zwischenmenschliche, für die Gefühle von Menschen. Und das ist natürlich auch die Kriminalität. Also ich merke gerade, wenn so etwas am Laufen ist, wenn jemand nervös ist, nur ein bisschen. Ich spiele so Sachen. Geht's noch gut? Ähm, ich habe noch einen Kaffee, aber ich hatte das Tee. Verdammt! Sagt mir jetzt, was da gelaufen ist! Stay young, stay full, stay animal. Weil du musst euch, Tiere kennen ja die Gefühle nicht so ausdrücken, wie wir meinen, schon. Und das musst du euch kennen als Polizisten arschte Politik. Fühle ich ab und zu nicht zeigen. Als Kind wollte ich immer ein Adler sein. Aber jetzt würde ich sagen, bin ich zwar zwischen Leopard und Giraffe. weil ein Giraffe kann wirklich Streppen nach dem ganz grossen und hat auch einen langen Hals. Ähm, und das ermöglicht mir, wirklich an alle möglichen Stellen zu essen zu holen. Also... Ähm... Ein Einzelgänger mit Teamqualitäten. Brühe bitte! Ich mache ein Interview, bitte! Kann ich jetzt schwiegen, bitte? Ich habe gehört, wir können das seitdem streamen. Meine Mama hat aber einen Streamer daheim. In der Küche. Du machst immer feine Sachen. Auf Sky. Das ist aber so ein Streaming-Anbieter. Da kann man es im Fernsehen oder im Handy oder überall, auf dem Tablet, wo man Streaming hat. Kann man das schauen? Ja, die Gerda. Hallo Gerda. Ähm... Ich bin im Fernsehen. Und meine Mama auch noch gerne.